300 Euro für mich, wenn du es schaffst, auf die andere Seite zu kommen. Hä, das ist mein Haus! Ja, das ist mein Haus. Nein, das mache ich, das mache ich. Du kannst da nicht weg. Ich will weg! Nein, 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 nein. Du musst über das Minenfeld. Du hast ja gesagt. Du willst die 300 Euro, oder? Aber jede dieser Druckplatten könnte diese Bombe ablösen. Los! Nein, das ist... Oh Gott! Oh Gott, das ist super klug. Wie viel ist hier TNT? Ein Drittel? Oh Gott! Oh Gott, warum machst du denn so schnell, Mann? Oh Gott, ich will nicht, dass mein Haus in die Luft fliegt, Mann! Aber du bist... Du bei den ganzen... Oh, das ist doch so weit! Ich mach mich drauf! Egal! Oh Gott, oh Gott! Wer will das auch mal bei einem Freund machen? Abo dalassen jetzt! Bin ich nicht ein guter Freund? Das wirst du nicht haben. Ja, bist du. Denk an die 300 Euro. Ich meine mal, wenn du sie haben willst, dann mach es jetzt! Mann! Okay, noch zwei Sprünge! Noch zwei Sprünge! Oh mein Gott! Noch zwei Sprünge! Oh mein Gott! Ja! Nein!